Der M94.5 Countdown zur Bundestagswahl. Wir haben die Fakten, ihr die Stimme. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcaststudio von M94.5. Bei uns geht es heute weiter mit den Interviews mit den jungen Kandidierenden für die Bundestagswahl aus München. Und bei mir im Studio heute ist Markus Stumpf von der CSU. Ich bin Duigo Ogo und wir beide sprechen heute über die Kandidatur von dir, Markus, und über deine Pläne im Bundestag. Erstmal hallo. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass du da bist. Ich würde am Anfang gerne erstmal ein bisschen als Person von dir erfahren. Ich beschreibe dich gerne etwas, aber würde von dir eher wollen, dass du vielleicht dich selber vorstellst. Du bist 87er Jahrgang, also jetzt 34 solltest du jetzt sein oder wirst du. Genau. Du bist Listenkandidat aus München-Mitte auf Listenplatz 57 und bist nicht Kandidat der CSU, sondern der JU, also der Jungen Union quasi. Außer deiner Kandidatur bist du auch oder warst du auch immer sehr politisch aktiv, bist stellvertretender Kreisvorsitzender von München Mitte, Mitglied im Bezirksvorstand der JU München und genau, hast auch schon an einigen anderen Wahlen teilgenommen, über die wir auch reden werden. Aber erstmal, du, möchtest du noch was hinzufügen? Ich würde vielleicht zwei Sachen nochmal kurz korrigieren, weil, aber das kann man nur schwer wissen. Ich bin natürlich auch Kandidat der CSU. Wir unterteilen da, oder die JU hat es einfach geschafft, viele Kandidaten auf die CSU-Liste zu schaffen, aber die JU ist ja eine Arbeitsgemeinschaft der CSU und so bin ich auch ein CSU-Kandidat, aber eben einer der Jüngeren. Und ja, ich bin jetzt 33 und werde 34, altere, also auch langsam aus der JU heraus. Ich habe nur noch ein Jahr Gnadenfrist, mit 35 ist dann Schluss. Und wir hatten noch gar nicht lange her, hatten wir Bezirksverbandswahlen und seitdem bin ich nicht mehr Mitglied des Bezirksverbands. Okay. Ja, ich muss auch sagen, dass es etwas schwierig war, über dich im Internet was rauszufinden, weil du auch nicht viel eine Social Media Präsenz hast. Deswegen vielleicht auch gleich mal die Frage, was sind deine Kernthemen? Ich weiß, so ein bisschen Digitales, auch ein bisschen Finanzen, aber vielleicht kannst du mir mal die Frage beantworten, was ist dein persönliches Kernthema, wofür du dich in Berlin einsetzen wirst? Also ich habe, als ich zur Politik in Anführungsstrichen gekommen bin, war mein Eintrieb die innere Sicherheit. Das habe ich wahrscheinlich mit 14, als ich in die JU gegangen bin, noch nicht so formuliert, als dass es da die innere Sicherheit gewesen wäre, sondern mir war halt einfach ein, ich wollte, dass die Bösewichte bestraft werden. Und so hat sich dann ein hohes Interesse an innerer Sicherheit entwickelt. Das heißt, das ist eines meiner größten Themen und Finanzpolitik ist insofern für mich interessant, dass ich dort den hohen Wunsch bei mir verspüre, solide Finanzen zu haben. Also für mich ist die schwarze Null ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, sie ist das einzige Mittel in der Finanzpolitik, was generationengerecht ist. Und wo ich ein bisschen alleine dastehe in der JU und auch in der CSU ist, dass mir der Tierschutz zu wenig betrachtet wird. Und das, glaube ich, ist nicht leicht für einen CSUler oder für einen JUler, sich da Gehör zu verschaffen. Aber ich denke, so eine reiche Nation wie Deutschland oder auch Bayern kann sich durchaus auch einen starken Tierschutz leisten. Okay, also ich habe ja gerade schon angeschnitten, dass das jetzt nicht dein erster Wahlkampf ist. Du hast schon mal bei den Kommunalwahlen kandidiert, sowohl 2014 als auch 2020, letztes Jahr. Aber warum geht es jetzt für dich weiter in der Bundespolitik? Warum nicht weiter auf kommunaler Ebene? Die Kommunalpolitik ist, glaube ich, immer ein wunderbarer Einstieg in ein Mandat, weil sie ist extrem bürgernah. Man hört wirklich an jeder Stelle, wo es eigentlich zwickt und es ist noch nicht so abgehoben wie in der Bundespolitik. Man kümmert sich im BA darum, ob ein Zebrastreifen gebaut wird oder abmarkiert wird, ob ein Baum gepflanzt wird, ob ein Baum gefällt wird. Das sind also alles sehr, sehr bürgernahe Themen und die Themen dann auf Bundesebene sind natürlich dann einfach Meta und da hält man sich nicht mehr über den einzelnen Zebrastreifen. Gleichzeitig sind natürlich meine Themen, wie jetzt zum Beispiel innere Sicherheit, Finanzpolitik, die gibt es natürlich im Stadtrat auch, das ist keine Frage, aber im Großen. Und auch wie gesagt, das andere Thema bezüglich Tierschutz ist natürlich eines, was auf Bundesebene deutlich mehr ergibt, mehr Sinn ergibt als auf kommunaler Ebene. Wie läuft denn der Wahlkampf so? Mittel? Also ich habe ja viele Wahlkämpfe in meinem Leben schon mitgemacht, nicht immer als Kandidat, sondern auch einfach nur als Helf in der Hand, plakatiert, geflyert, Haustürwahlkampf, Nachtwahlkampf, was man eben alles macht. Und die Wahlkämpfe bisher fand ich spannender. Ich fand sie deshalb spannender, weil sie aufgeladener waren. Also man ist da als, ehrlicherweise in der Stadt, jetzt hier gerade in München, als CSUler auch nicht immer gern gesehener Gast. Also man erlebt auch, Anfeindungen ist vielleicht ein bisschen viel, aber in so eine Richtung. Und dieses Jahr finde ich das alles so ein bisschen eingeschlafen. Man weiß nicht so richtig, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zumindest mal bei uns wir schon zu einem Teil noch, oder zumindest am Anfang des Wahlkampfs frustriert waren, wie die Auswahl des Kanzlerkandidaten gelaufen ist. Und da hatte ich schon den Eindruck, als ob da viele Leute gesagt haben, jetzt mach das auch selber. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay. Auf Social Media habe ich gesehen, dass du dich mit den Worten klar für unser Land präsentierst, beziehungsweise das war es auch schon vor einigen Jahren. Da würde mich interessieren, was bedeutet das für dich? Klar für unser Land war ja auch oder ist auch der Wahlkampf-Slogan. Und es glaube ich hat zwei Wendungen. Das eine ist, dass man selber bereit ist, selber klar ist, dass man da was anschaffen will. Und das andere ist, glaube ich, dass man klar in der Formulierung, klar in der Positionierung ist. Und das, würde ich sagen, sind die zwei Kerninhalte dieses Statements. Okay, danke schön. Auch nochmal deine eigene Interpretation dieses Statements zu hören. Ich würde gerne nochmal auf deine Antwort von gerade zurückkommen über die Kanzlerfrage in der Union. Wie war es denn für dich als Mitglied und jetzt auch als Kandidat, diesen Streit mitzubeobachten, beziehungsweise wie würdest du das im Endeffekt aufarbeiten, vielleicht vor, aber vielleicht auch nach der Wahl? Also ich habe mich relativ intensiv dann immer mal wieder damit beschäftigt, weil es hat mich schon aufgewühlt. Und ich war natürlich mit seinen Parteikollegen dann auch im Austausch und man ist dann schon sehr, sehr frustriert. Und wir kommen dann schon auch dazu, dass diese ganze Misere eigentlich schon anfing, als Frau Merkel sich dazu entschlossen hat, nicht mehr Parteivorsitzende zu sein und dann da schon ein Wunschkandidat installiert worden ist mit Annegret Kramp-Krambauer, wo man schon wusste eigentlich, dass das nicht der Kandidat ist, den eigentlich weder die Basis der CDU möchte und der Wähler wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist halt dann funktionärsgetrieben. Und jetzt hatten wir natürlich dann die Diskussion wieder, als man dann ja das Scheitern von Annegret Kramp-Krambauer auch beobachten konnte, wer macht es denn dann? Und dann hatten wir ja alle drei Kandidaten, jedenfalls mal für den Vorsitz der CDU, mit Friedrich Merz, mit Norbert Röttgen und mit Armin Laschet. Und ich glaube, ich hätte dort an der Stelle erstmal getrennt Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Weil ich glaube, Armin Laschet kann wunderbar wahrscheinlich innerhalb der Partei agieren und wäre möglicherweise ein richtig, richtig guter Parteivorsitzender der CDU. Das will ich aber gar nicht so sehr beurteilen, weil das ist die CDU und nicht die CSU, da kann ich weniger reinschauen und steht mir auch nicht zu. So und dann gab es, und dann hat er sich ja aber dann auch relativ zügig darauf committet, dass er dann eben auch der Kanzlerkandidat sein möchte. Und das lief dann nicht richtig gut. Ich glaube, das Angebot von Markus Söder war richtig und ich glaube auch, es wäre dann richtig gewesen, es zu ergreifen, dieses Angebot, einfach vor dem Hintergrund, dass die Umfragen alle so waren, wie sie eben waren. Und das sage ich ausdrücklich nicht, weil wir haben darüber viel diskutiert, das sage ich ausdrücklich nicht, weil Markus Söder der Parteivorsitzende meiner Partei ist, sondern die ganze Parteienlandschaft, die schaut an jeder Stelle auf Demoskopen. Und überall mache ich irgendwas, gibt Blitzumfragen, werden aus den Parteizentralen losgeschaltet, damit man kurz mal eine Umfrage hat. Und an dieser einen Stelle tun die Damen und Herren im Konrad-Adenauer-Haus so, als ob Demoskopie nichts wert wäre. Und das hat uns unfassbar geärgert. So, jetzt war aber dann der Kanzlerkandidat gekürt und dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wie viel von dem Streit tatsächlich losgetreten von Markus Söder war. Ich hatte schon auch den Eindruck, als ob dort, als ob die Medienlandschaft das auch forciert hat, und dass man da Zwietracht sehen kann. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt Armin Laschet und du meintest gerade schon, der ist bestimmt ein guter Parteivorsitzender. Heißt das, er ist kein guter Kanzlerkandidat und im Endeffekt kein guter Kanzler? Ich glaube, er wird es halt einfach schwerer haben als andere, wenn ich mir einen Start für einen Kanzler ist mit einem guten Ergebnis besser. Er hat eine breite Mehrheit, er hat die Rückendeckung von einem ganz großen Teil der deutschen Bevölkerung. Und selbst wenn Armin Laschet die CDU zur stärksten Fraktion führen sollte, jetzt im Wahlkampf, wird es ja kein herausragendes Ergebnis werden. Ich glaube, da können wir uns sicher sein. Wenn Armin Laschet dann mal Kanzler ist und das erste, vielleicht das zweite Jahr vergangen ist, dann mag das auch vergessen sein und dann kann er sicher auch ein guter Kanzler sein, weil eines natürlich auch sicher ist, natürlich auch ein guter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Gut, dann kommen wir mal zu einem deiner Lieblingsthemen, Sicherheit und Außenpolitik. Ich habe einen Tweet von dir gelesen, die an die SPD- und Grün-Fraktion in der Stadt München gerichtet war. Ich lese mal kurz vor. Das ist vielleicht mein einziger Tweet, den ich jemals getweetet habe. Da waren ein paar andere, aber der war so mit der einzige, der politisch war. Ja, den habe ich mir natürlich sofort gegriffen. Ich zitiere mal kurz. Nachdem man euren Koalitionsvertrag gelesen hat, muss man sich ja fragen, warum setzt ihr die Sicherheit der Münchner Bevölkerung aufs Spiel und warum wollt ihr aus München einen Berlin machen? Was heißt das? Ich muss im Kopf kramen, was der Grund war, warum ich das geschrieben habe. Ich meine, die Kommunalwahlen waren jetzt ja auch schon länger her. Aber was, wenn du nach Berlin gehst, für was für eine Sicherheitspolitik setzt du dich ein, dass du aus, ja, dass du da Berlin in der Sicherheitsfrage so kritisch siehst? Ich habe eine Vermutung, was ich geschrieben habe oder worum es ging. Es ging, glaube ich, um die Bahnhofssituation und um Videoüberwachung. Und natürlich ist eines sicher, dass, wenn wir uns Kriminalstatistiken anschauen, dass Berlin da nicht führend ist, beziehungsweise, wenn wir von hinten drauf schauen würden, wären sie führend, nämlich in Sachen Kriminalität. Und ich möchte ehrlicherweise in der Form keine Berliner Verhältnisse bei uns in München haben. Ich möchte keine No-Go-Areas für die Polizei haben. Ich möchte keine offendielenden Menschen in den Parks haben. Ich möchte gar keinen Drogenkonsum in den Parks. Und das lässt halt eine Stadt wie Berlin offensichtlich einfach zu. Und ich weiß nicht, warum sie es tun, aber die Mittel, was im Koalitionsvertrag steht, was man eben umgedreht hat, wie es mal war, als die CDU in der Legislatur davor noch mit am Koalitionstisch saß, nämlich ein Ausbau an Videoüberwachung beispielsweise. Das wollten halt die neuen Koalitionäre nicht. Und das hat mich tierisch gestört und das stört mich auch heute noch. Du setzt dich ja auch für stärkere Grenzkontrollen ein, wenn meine Recherche mich nicht komplett irrt. Was können wir denn in so einem Antrag von dir, dein erster Antrag zu dem Thema, was können wir da erwarten? Was für ein Bayern oder ein Deutschland erwartet uns, wenn es nach dir ginge? Also wenn wir uns mal auf die Grenzsituationen einmal schauen, dann würde ich einmal unterscheiden zwischen einer innereuropäischen Grenze, also dem Schengen-Raum, wie aber auch dann außerhalb des Schengen-Raums. Ich ganz persönlich finde den Schengen-Raum insofern schlecht, als dass wir von Portugal bis über Deutschland hinweg nach Tschechien ohne eine Grenzkontrolle fahren können. Und ich finde es deshalb schlecht, weil damit viele, viele Leute, die einfach irgendwo eigentlich zur Polizei gehörten, also Verbrecher, einfach mal aufgefasst werden hätten können an den verschiedenen Landesgrenzen. Wir haben das gesehen beim G8-Gipfel oder es war dann glaube ich ein G7-Gipfel in Elmau, als es ja da Grenzkontrollen gab, wie viele Aufgriffe eigentlich passiert sind. Und das finde ich wunderbar. Ich finde nicht schlecht, wenn wir ab und an nach vielen, vielen Kilometer Fahrt eine Landesgrenze kommt und jemand mal in den Pass schaut und guckt, wer bist du, was machst du und ist mit dir alles so in Ordnung. Das hat im Übrigen nichts damit zu tun, dass ich Reisefreiheiten einschränken möchte. Ein unbescholtener Italiener kann dann genauso nach Österreich, nach Deutschland einreisen, wie der andere auch. Nur er wird halt vorher einmal kontrolliert, ob er nicht vielleicht doch gesucht wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Was die Grenzkontrollen an den europäischen Außengrenzen angeht, bin ich der Meinung, dass wir, dass es gut wäre, wenn wir ein ganz, ganz starkes Signal senden würden, Leute macht euch erstmal nicht auf den Weg, ihr kommt nicht nach Europa hinein. Das ist der eine Teil. Das heißt aber automatisch nicht, dass es diese Migration nicht geben kann, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen sich einfach nicht auf diesen gefährlichen Weg machen, sondern dass wir Asylverfahren in den Heimatländern, an den küstennahen Regionen machen können. Dort werden die Verfahren auch beschieden und wenn sie positiv sind, dann holt die Leute doch bitte auf einem sicheren Wege zu uns nach Europa und lasst sie sie nicht auf dem Schlauchbus sitzen. Das heißt, küstennahe Region heißt im Bund Griechenland, in der Türkei, die Verfahren loslegen und dann herholen werden. Also wahrscheinlich sind sie außerhalb Kontinentaleuropas, weil die Leute sich ja über das Meer machen. Also wenn man sich die Migration jetzt beispielsweise aus Afrika anschaut, also muss es eher in Marokko wahrscheinlich stattfinden. Denkst du, das ist realisierbar wirklich? Ich denke ja. Ich denke ja, wenn der politische Wille groß genug dazu wäre, wäre das durchaus möglich. Gut, dann machen wir mal weiter mit Sicherheit. Was wären denn deine Pläne für die Bundeswehr generell? Wie sieht die Bundeswende in Zukunft aus, vor allem Stichwort Auslandseinsätze? Also die Bundeswehr hat einen klaren Auftrag und der ist auch außerhalb Deutschlands, weil für innerhalb Deutschlands, weiß ich nicht, ob wir Sandkästen, Sandsäcke schleppende Soldaten brauchen, dafür haben wir das Technische Hilfswerk. Die können natürlich und müssen dann auch unterstützen, aber die Bundeswehr muss natürlich die Möglichkeit haben, in Auslandseinsätzen aktiv zu werden. Und sonst, glaube ich, hat die Bundeswehr wahrscheinlich ein relativ großes Imageproblem. Sie hat dazu ein Problem der Ausstattung. Das sind, glaube ich, große Punkte, an die man ran muss. Wie sieht denn, wie sähe deine Außenpolitik aus? Ich glaube, wir haben ein komplett zerstörtes Verhältnis hinterlassen bekommen aus den USA. Und ich hoffe, dass wir das wieder auf ein normales Maß kriegen. Ich halte die USA noch immer für unseren wichtigsten Partner. Deshalb sind auch manche Forderungen richtig gewesen, was zum Beispiel auch die NATO betrifft. Und ich hoffe, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob es gelingen wird, aber so richtig große politische Veränderungen haben wir jetzt ja in den USA auch noch nicht erlebt. Wir haben natürlich eine deutliche Besänftigung der Sprache erlebt, eine ruhigere Administration, aber eine wahnsinnig große Veränderung in den großen politischen Strömungen haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier wäre aber dennoch eine Annäherung dringend nötig. Und vielleicht ein anderes Beispiel, oder vielleicht auch noch zwei, einmal Türkei. Ich würde mir hier ein deutlich härteres Vorgehen gegen Erdogan wünschen, insofern, als dass ich nicht immer weiter mit einer EU-Mitgliedschaft zum Beispiel winke oder mit der Möglichkeit, bald wieder in Gespräche einzutauchen. Ich glaube, dieser Zug ist einfach auf längere Zeit abgefahren. Das muss man auch einfach mal klar formulieren und darf auch der türkische Staatspräsident gerne wissen. Und ein letztes Wort vielleicht noch zu China, weil das ja auch immer dann so ein großer Bereich ist. Ich halte China für keinen soliden Partner. Ich will deren Technologie hier nicht. Ich will keine Methoden, wie es China macht. Und ich muss mir dann irgendwann schon mal die Frage stellen, inwieweit ich hier immer eine werteorientierte Politik aufrechterhalten will und immer das Fähnchen schwenken will, aber dann immer auch mit anderen Ländern jedes Geschäft machen will, weil es einfach nur günstig ist. Ich glaube, die Zeiten müssten eigentlich vorbei sein. Okay, also du setzt dich eher für eine Außenpolitik ein, die auch werteorientiert ist und nicht nur nach Profit geht. Ja, was ich halt, also ja, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, nur weil es aus China ist, ist es irgendwie profitabler, weil es günstiger ist. Das kann schon sein. Aber natürlich haben wir eine Verantwortung. Wir haben Verantwortung auch für die Menschen dort, ob wir das mit unterstützen oder auch nicht. Und das andere ist aber, wenn wir manche Sachen auch zurück nach uns in unseren Wirtschaftsraum packen, also wieder Herstellung auch einfacher Güter sozusagen, da dürfte auch bei uns der Wohlstand steigen, weil wir einfach wieder mehr Leute auch hier wieder in Arbeit bringen, weil wir die Wirtschaftsleistung im Ganzen halt hier nach oben fahren. Das hat steigende Löhne in der Regel zur Folge. Das heißt, es muss überhaupt nicht zu einer wirtschaftlichen schlechter Stellung kommen. Gut, dann kommen wir mal zum Themenbereich Klima, weil das ja auch vor allem die Wahl sehr viel mitbewegt und ein großes Diskussionsthema ist. Stehst du hinter dem Pariser Klimaabkommen? Ja. Übrigens die ganze CSU. Ja. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass du zum Beispiel im Tierwohl und so weiter, dass du dich auch abgrenzt bei manchen Themen. Die Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat ja jetzt rausgebracht, dass schon die gesetzlichen Vorgaben, also die jetzigen, vom Deutschen Klimaschutzgesetz nur erreicht werden können, wenn die Kohleverstromung konsequent und rasch beendet wird, so zitiert vom Institut. Und erst recht das 1,5 Grad Ziel des Abkommens. Wenn es nach dir ginge, oder was wäre dein Plan zum Kohleausstieg? Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber vielleicht Atomkraft? Okay. Natürlich war das ein riesiger Fehler, aus der Atomkraft auszusteigen. Also, dass wir irgendwann aus der Atomkraft in der jetzigen Form aussteigen, ist glaube ich in Ordnung. Aber die damalige Entscheidung, die war grundfalsch. Die hatte ja auch nichts mit rationalem Denken zu tun. Ich meine, das ist ganz, ganz bitter, was da passiert ist, aber da ist ein Tsunami über ein Atomkraftwerk gerollt, was an der Küste steht, also schon mal schlecht. Und das hat man dann projiziert auf unsere deutschen Atomkraftwerke. Deshalb müssen wir die jetzt abschalten, weil ich weiß nicht, was hat man einen Tsunami in Gund-Remmingen erwartet. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch gehässig und wird der Sache auch nicht gerecht, was den Leuten dort passiert ist in Fukushima. Aber der Kohleausstieg ist natürlich eines der ganz, ganz großen Fragen unserer Zeit, einfach weil da auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und wir haben ja einmal die Arbeitsplätze, die wir haben, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt unser Kanzlerkandidat herkommt, in einer wirtschaftlich eigentlich relativ starken Region, da ist es vielleicht besser aufzufangen. Aber wir haben die natürlich auch in Ostdeutschland, den Kohleabbau. Und da tun wir uns richtig, richtig schwer, wenn wir die Leute einfach da hinstellen und sagen, Zeche zu, könnt nach Hause gehen. Ich glaube, wir werden die gesamte Kohleverstromung nicht deshalb oder auffangen können, substituieren können, weil wir Windkrafträder bauen. Wir werden sie wahrscheinlich auch nicht durch Wasserkraft irgendwie substituieren können. Ehrlicherweise habe ich die große Vermutung, dass wir sehr, sehr viel Kernenergie aus Frankreich und aus Tschechien kaufen werden, weil wir es einfach anders nicht hinkriegen werden. Was hast du denn, oder hast du eine ganz neue Forderung im Bundestag zum Thema Klima? Ich finde, wir können, es lässt sich ja, es lassen sich ganz viele Themen anschauen und wir haben ja vorhin mal kurz über, oder nicht gesprochen, aber ich habe es mal gesagt, über Tierschutz gesprochen. und natürlich ist der ganze Teil rund um unsere landwirtschaftliche Produktion ist natürlich auch klimaschädlich. Ich habe leider die Zahlen nicht parat, aber ich habe von der Tagesschau erst vor ein paar Tagen gepostet, der CO2-Ausstoß oder der entsteht bei der Herstellung eines Liter Milchs, Kuhmilchs und eines Liter Hafermilchs. Das ist ein exorbitant großer Unterschied. Das heißt also, wir könnten uns schon mal anschauen, ob wir nicht auch in diesen kleinen Bereichen nicht schon auch Erfolge erzielen könnten, indem wir weniger konsumieren von diesen, von Fleisch, von Milch, von tierischen Produkten allgemein. Es mag ein kleiner Punkt sein, so von der Gesamtmenge her, aber wenn man ehrlich drauf schaut, die CO2-Minderbelastung durch ein Tempolimit, die ist nicht größer. Okay, also du setzt eher auf individuelles Verhalten als strukturell beziehungsweise auf vielleicht Firmen und Gewerbe, die da auf Klimaneutralität zahlen, also du bist eher auf, du möchtest eher individuelles Verhalten klimaneutral gestalten. Also ich glaube, also individuelles Verhalten klimaneutral zu gestalten, ist glaube ich ein großer Punkt und ich glaube, also ich halte den Satz von Annalena Baerbock, dass irgendwie jedes Verbot ein Innovationstreiber Treiber oder so ähnlich hat sie es glaube ich gesagt, für totalen Quatsch. Was ich natürlich machen kann, ist Anreize zu schaffen, wenn man, wenn Firmen sich frühzeitig für einen Umschwung entscheiden, sieht man ja jetzt beispielsweise, wenn wir über Steuervergünstigungen bei E-Autos nachdenken, ja, also da profitiere ich ja auch davon. Ein anderer großer Punkt, der ärgert mich immer total, ist der Wirtschaftsraum der EU, der wäre so groß, warum mache ich den Leuten nicht einmal klar, also den Rädern nicht einmal klar, eure Drecksschiffe, ich sage es einfach mal so hart, dürfen bei uns nicht mehr rein, wenn ihr nicht es schafft, diese Schiffe so umzugestalten, technisch umzurüsten, dass sie eine bessere Klimabilanz haben. Ich halte das für durchaus machbar, deshalb, weil der Wirtschaftsraum so groß ist und weil das so attraktiv ist und deshalb ist es natürlich ein großer Innovationstreiber, zu sagen, wenn ihr in unseren Wirtschaftsraum wollt, das könnt ihr gerne machen, aber dann nur zu unseren Bedingungen. Vielleicht mal eine allgemeine Frage zum Wahlprogramm der Union. Da sind zum Beispiel Punkte wie, dass bis 2025 ein flächendeckendes 5G-Netz aufgebaut werden soll und dafür 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden soll. 500 Millionen Euro soll für eine Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege ausgegeben werden. Auf der anderen Seite wollt ihr aber keine Vermögensteuer und auch nicht die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Unternehmen sollen keine höhere Steuern erfahren und auch du hast mal in einem Statement gesagt, nach Corona muss eine Entfesselung der Wirtschaft stattfinden. Wie wollt ihr denn diese ganzen Ideen finanzieren? Ja, das ist eigentlich genau der Punkt mit der Entfesselung. Ich habe eine Steuer Mehrbelastung führt einfach zum Eintrüben der wirtschaftlichen Situation, weil kein Geld mehr zur Investition der Firmen da ist. Muss leider abgeführt werden zum Staat. Wenn die Belastung natürlich geringer ist für den einzelnen Unternehmen, das ist ja auch im Übrigen sind das nicht nur die großen DAX-Unternehmen, sondern das ist jedes Einzelunternehmen, jeder einzelne Kaufmann, der das Geld natürlich eigentlich nimmt, um es zu refinanzieren in die bessere Maschine, in einen neuen Arbeitsplatz, in sein eigenes Wachstum und all diese Punkte führen dazu, dass meine Wirtschaft prosperiert und ich darüber mehr Steuereinnahme generiere. Vermögensteuer hat das Bundesverfassungsgericht ja vor vielen Jahren schon als Grundgesetz widrig beurteilt, von dem her ist das glaube ich auch nicht mehr das Thema und bei Erbschaftssteuer, ich weiß nicht, mich ärgert, wenn ich darüber nachdenke, ich kam jetzt nicht in die Situation, zum Glück noch niemand gestorben, aber ich finde Erbschaftssteuer irgendwie was Blödes, weil das ist ja schon ein versteuertes, also in der Regel ist all das, was man erbt, ist schon versteuert, sei es Geld, sei es auch Immobilien, Grund, ist alles schon versteuert und wir nehmen uns einfach als Staat einfach nochmal eine neue Steuer drauf, das finde ich eigentlich ungerecht. Okay, wir sind schon sehr vorangeschritten mit der Zeit, deswegen will ich ganz schnell noch einen Themenbereich ansprechen, das Thema Diversität. In einer Pressemitteilung der Bundestagsfraktion der Union vom Mai diesen Jahres wird gesagt, Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer diverser geworden, diese Vielfalt muss sich auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen widerspiegeln und der Staat muss hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt ist aber deine Partei statistisch nicht so repräsentativ aufgestellt, sei es in den Führerpositionen. Welche konkreten entsprechenden Rahmenbedingungen würdest du denn für diese Diversität schaffen? Ja, also es gibt ja, es gab vor, ich glaube zwei Jahren in etwa, gab es den Ansatz des Parteivorstands auf dem Parteitag einen paritätischen Parteivorstand per Quote zu beschließen. Das war, glaube ich, der mit Abstand am hitzigsten diskutierte Parteitagsantrag, den ich jemals erlebt habe, weil das nun erstmal die Mitglieder der CSU nicht wollen. So, jetzt können wir uns natürlich mal überlegen, warum die das nicht wollen. Ich finde eine Quote auch schlecht. Ich weiß aber auch, dass unsere Partei nichts gegen den Aufstieg beispielsweise einer Frau tut. Das heißt also, es gibt in Wahrheit, bei der CSU zumindest, dafür kann ich sprechen, gibt es keine gläsernen Decken oder von was immer gesprochen wird. Wenn da eine Frau ist, die Lust hat, was zu machen und die besseren Argumente hat, dann wird sie die Wahl gewinnen und wird in den Parteivorstand einziehen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ein anderer Punkt ist ja aber, dass wir bei uns in der Partei zu wenige Frauen überhaupt haben. Also unsere Partei hat einen starken Männerüberschuss. historisch wahrscheinlich irgendwo begründet, kann ich aber nicht sagen, aber das kann man sicher vortrefflich diskutieren, woran das liegt und man muss es vielleicht auch mal sich irgendwie so anschauen, dass man da irgendwelche Schlüsse draus zieht. Aber was wir natürlich jetzt gemacht haben, deshalb widerspreche ich auch so ein wenig, ist die Bundestagsliste, die wir gerade aufgestellt haben, in Nürnberg, wo ich jetzt auch auf der Liste bin, die ist paritätisch besetzt. Jedem Mann folgt einer Frau, folgt eine Frau, ich sage das deshalb so rum, weil tatsächlich der Erste ist ein Mann, aber dann ist sie gleichwertig besetzt. Jetzt ist ja Diversität auch, da gehören ja auch zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte mit rein, vielleicht da die Frage, es werden ja gerade zu diesen Zeiten Behörden wie zum Beispiel die Polizei oder auch Sozialämter und so weiter häufig für diskriminierende Strukturen kritisiert beziehungsweise das wird ihnen vorgeworfen. Würdest du dich für eine genauere Überprüfung einer rassistischen Struktur in solchen Behörden einsetzen? Also ich habe ein großes großes Vertrauen in unseren Staatsapparat und ich habe ihn sowohl bei der Polizei ich habe ihn aber auch dementsprechend zum Beispiel bei den Staatsanwaltschaften die dann drauf schauen müssten wenn was verkehrt gelaufen ist und jeder rassistische oder warum auch immer ungerechte Behandlung wenn die stattgefunden hat egal wo beim Finanzamt bei der Polizei oder beim weiß ich nicht wo das muss man überprüfen und muss zu einem Ergebnis kommen ob es stimmt oder nicht und dementsprechend Konsequenzen ziehen ich weiß aber nicht ob ich ob ich es gut fände wenn man jetzt einfach so pauschal verdachtsmäßig einfach mal die ganze Polizei abklopft wo es einen Vorwurf gibt dem wird nachgegangen auch mit aller Härte aber so pauschal drüber zu wischen glaube ich wird der Sache auch nicht gerecht Okay dann würde ich diesen Themenbereich auch beenden wenn du sonst nichts zu sagen hast und zu unserer Blitz Fragerunde kommen da hast du eine Minute Zeit um so viele Fragen wie möglich zu beantworten und wenn du bereit bist würde ich einmal starten du wirst Ja und Nein fragen oder Bitte führe den Satz Wort fragen dann starte ich mal bei bei der ersten Plenarsitzung werde ich dem Bundestags Präsidenten Grüß Gott sagen meine erste Rede im Bundestag geht um innere Sicherheit der Wahlkampf dieses Jahr ist behäbig meine Partei wird erfolgreich bei dieser Wahl sein weil weil wir die richtigen Angebote machen bei einer Wahlniederlage werde ich das eine oder andere Bier mehr trinken meine oder mein oder meine Sitznachbarin im Bundestag ist weiß ich nicht ich weiß aber dass man als Neuling auch nicht richtig viel Mitspracherecht hat meine erste Abgeordneten Diät brauche ich für um sie ins auf Sparbuch zu packen um mehr junge Menschen zum wählen zu bewegen würde ich offener dafür werben warum es so wichtig ist sich zu engagieren perfekt sehr gut dann will ich ganz schnell mal bei der letzten Antwort anknüpfen du bist ja auch nicht so gerade die TikTok Generation was würdest du denn wirklich für die Generation also für die jungen Menschen in Berlin umsetzen beziehungsweise was würdest du von denen mitnehmen ich glaube die Politik hat ganz lange darunter gelitten tut sie vielleicht auch heute noch dass sie so getan hat als ob das ne als ob irgendwie alle Menschen bis weiß ich nicht bis 14 total unpolitisch wären oder sich keine Gedanken machen würden was auf der Welt passiert und ich glaube die allererste große Hausaufgabe wird sicher sein einfach mal zuzuhören was die Leute eigentlich alle bewegt weil natürlich ist es so dass ein ganz großer Teil heute gemacht wird von Leuten also Politik wird ganz oft von Leuten gemacht die viele davon haben gar nie gearbeitet die sind einfach immer die sind sofort ins Parlament sind irgendwie aus der Uni vielleicht mit oder ohne Abschluss ist auch egal irgendwie rausgespült worden sind in irgendein Mandat gekommen und da sitzen die dann und die haben ganz oft einfach überhaupt keine Idee davon was eigentlich was eigentlich Arbeit bedeutet was irgendwie Leben bedeutet was was auch was bedeutet irgendwie mit wenig Geld auszukommen ich meine die Abgeordneten Diäten sind ja nicht gerade gering und wir haben an ganz vielen Stellen einfach den Anschluss verloren da einfach an den Bürger was der eigentlich sich wünscht und das haben wir bei einem 40 Jährigen genauso glaube ich wie bei einem 15 14 Jährigen aber eine Frage du bist ja auch schon länger aktiv politisch da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet hast du dich denn auch irgendwie auch anders beruflich hast du was anderes beruflich auch mal gemacht ich bin ja ich bin ja ich bin zwar Kandidat und ich engagiere mich auch politisch aber ich bin natürlich kein ich lebe nicht von der Politik das ist aber findest du Zeit Zeit für so einen Vollzeit Job dann ja absolut das ist ja auch die große Schwierigkeit also in erster Linie bin ich mal bin ich Arbeitnehmer und irgendwann dann bin ich auch noch bin ich auch noch Kandidat für den Bundestag und bin einfach ehrenamtlich engagiert für die Politik also ich bin weit weg davon praktisch in einem politischen Universum zu sein wo ich nicht weiß was rechts und nichts passiert ganz im Gegenteil ich habe den ganz normalen 40 Stunden Job die 40 Stunden reichen bei mir nicht und dann irgendwann abends mache ich dann Politik wie es mir halt möglich ist aber das sind Samstage und das sind Abendstunden und das sind ja dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken sehr gerne ich hoffe du hast auch was vom Gespräch mitgenommen ich hoffe unsere Zuschauerinnen haben was vom Gespräch mitgenommen zumindest kennen sie dich jetzt besser und wissen wen sie wählen würden wenn sie dich wählen dann möchte ich mich auch an dieser Stelle an der Produktion bedanken das ist Andre Wengenroth und an den Redakteurinnen die mich hier im Studio begleitet haben und unterstützt haben Sophia Lindenbrink und Markus Denhard danke dir Markus Markus Stumpf danke fürs Zuschauen und egal was ihr wählt geht am Sonntag wenn ihr es nicht schon getan habt wählen und bis zum nächsten Mal vielen Dank und schaltet bei der Bundestagswahl von M4 95 um 17 Uhr am Sonntag am Wahlabend ein bis dann